Hallo zusammen, mein Name ist Rage & Raptor und ich begrüße euch zu einem neuen World of Tanks Preview Video. Und heute schauen wir uns den AMX M4 MLE 45 an. Und ja, natürlich, ich bin leider ganz, ganz wenig zu spät, aber hey, ähm, ich hoffe, es macht doch nicht ganz zu viel aus, weil hey, Qualität vor Quantität. Und wirklich, heute schauen wir uns mal diesen neuen Tierzehnenpanzer an, der uns schon seit 5 Jahren geteast wird. Ungelogen. Seht ihr den Panzer hier? Merkt ihr was? Ja, die Wanne, die Wanne ist vom 50B. Das muss jetzt schon gesagt werden, wenn man das jetzt so ein bisschen sich anschaut. Ja, die Wanne ist definitiv vom 50B. Da sehen wir es auch schön, die Rundung. Aber der Turm, der Turm ist wirklich in der, der von diesem Panzer. Wenn wir uns den doch von der Seite mal angucken, das jetzt nicht so lange dauern würde, dann hätten wir noch weniger Probleme. So, einmal so und einmal so. Und ja, also ich finde, man sieht, wie gleich das Ding aussieht. Alleine schon diese Lampen hier oben, das MG und die Kanonblende sieht auch ziemlich gleich aus. Und das einzige Nachteil ist, dieser Panzer hat hier eine ziemlich komische, ähm, was soll man denn sagen? Muscle Break, also. Ich weiß also gerade das deutsche Wort nicht, da hat dieser Panzer hier leider nicht mehr so. Aber nichtsdestotrotz, es ist da. Und schaut euch, wann das Video veröffentlicht wurde. 2011. Ja, meine lieben Leute, das ist jetzt schon 6 Jahre her. Beinahe 6 Jahre. Wir müssen noch einen Monat und 20 Tage warten. Aber nun, was gibt denn uns dieser Panzer ganz genau an? Und ich möchte auch ein bisschen Vergleiche ziehen zu anderen Panzern, die momentan schon im Tree sind oder im Spiel drin sind. Und ich glaube, der beste Vergleich ist der T110E5. Und darum präventiv nehme ich jetzt schon mal die Dings raus hier. Das Tank.GG von diesem tollen Panzer. Und dann gucken wir uns den jetzt doch mal an. Weil die 2200 Hitpoints, ja, die sind schon ziemlich gleich mit dem T110E5. Das Gewicht, also der Motor hat 1200 Pferdestärken und ein Gewicht von 80 Tonnen. Macht diesen Panzer, gibt es eben ein, ja, ein Pferdestärken pro Tonne Verhältnis von 15. Und 15 ist gut. Weil, hey, ihr könnt ja schon ein Video angucken, wo ich den Super Conqueror gefahren habe. Der hat ein schlechteres Pferdestärken pro Tonne Verhältnis. Der E5 jedoch ist besser. Ich suche vielleicht noch gerade einen Panzer, der mehr oder weniger ansgleich rankommt. Aber, ähm, der 7 ist jetzt, glaube ich, schon wieder zu viel. Das ist bei 16. Ne, 17,6 sogar. Der 50B ist, glaube ich, bei 19 oder so. Also, T57 Heavy könnte gut rankommen, glaube ich. Ja, T57 Heavy, der Panzer, wird sich höchstwahrscheinlich sehr, sehr stark wie der T57 Heavy fahren. Vor allem auch 1,2, 1,3 und 2,2 bei diesen Werten kommt auch ziemlich gut bei dem T57 Heavy ran. Das heißt, Terrain Resistance, wie gut die Softstats dieses Panzers auf verschiedenen Grunden sind. Auf hartem Grund, mittelhartem Grund oder mittelweichem Grund und weichem Grund. Eben hart ist zum Beispiel eine asphaltierte Straße, mittelhart ist das Allgemeine und das Weiche ist, wie zum Beispiel im Tal bei Lakeville. Aber ansonsten, die Maximalgeschwindigkeit ist 40 km pro Stunde, minus 15 km pro Stunde rückwärts. Und ja, ich habe jetzt die letzten paar Tage ziemlich viel Liberté gefahren und der Panzer fühlt sich gar nicht mal so unwendig an. Also, etwa gleich wie eine IS-3. Und ja, der Panzer wird auch sehr, sehr gleich sich wie der Panzer fahren. Nur, dazu kommen wir aber gleich nachher noch, der allergrößte Unterschied ist, dass ihm diese riesige Kuppel hier fehlt. Weil, also, diese Kuppel ist so mühsam. Vor allem, ich habe jetzt wirklich oft ein bisschen, ähm, mal schon wieder dieses tolle Modus Teamgefecht gefahren, ein bisschen Kredits zusammen. Und echt, diese Kuppel ist richtig mühsam. Ganz im Ernst. Aber ja, Wanddrehgeschwindigkeit, äh, 32 Grad pro Sekunde. Turmdrehgeschwindigkeit, 33,4 Grad pro Sekunde. Das sind eigentlich alles gute Werte. Und 32, ähm, Wanddrehgeschwindigkeit, ein Turm, ist sogar ein bisschen langsamer. Also, schneller eine Turmdrehgeschwindigkeit als der E5. Und das ist eigentlich sogar ziemlich gut, weil der Turm ist riesig. Mein großes Problemchen momentan ist mit diesem Panzer, dass er nur 390 Meter Sichtweite hat. Das heißt, es wird ziemlich, ihr müsst viel investieren. Optics, Ansätze und Lüftersicher, plus noch ordentlich Crewskills, damit ihr mit diesem Panzer hier diese 445 Meter Sichtweite habt. Mit dem E5 geht das ohne Probleme. Ihr baut Optics rein, habt, ähm, Waffenbrüder, plus noch, ähm, Ventilation und dann habt ihr schon eure 445 Meter Sichtweite. Und das wird bei dem Panzer leider nicht so sein. Aber ich glaube, der Panzer braucht das auch nicht, weil, hey, jetzt schauen wir uns mal die Panzerungswerte an. Und, ja, 220, 300, huiuiui, schisch, ist schon ordentlich. Und so sieht denn das dann auch aus. Ihr sehen könnt, der Turm ist enorm gepanzert. Also, da ist 300, eigentlich alles rundum ist 300. Und dazu kommt, wenn wir uns den Panzer von der Seite angucken, dass teilweise er sogar angewinkelt ist. Also, wenn ihr 300 Millimeter Durchschlagskraft habt, dann kommt die hier höchstwahrscheinlich durch. Aber hier oben wird es schon ziemlich schwer, weil guckt euch diese, ähm, Rundungen und diese Kanten an. Das ist wirklich nicht gerade schlecht. Und ihr könnt auch sehen, die Kuppel ist ziemlich, ziemlich weit hinten. Das heißt auch, wenn ihr Hold-Down geht, dann wird diese Kumpel eher mal verschwinden. Und das ist eigentlich auch gut so, weil die Kuppel sind schon Weakspots. Bei etwa 125, 120 Millimeter Panzerung. So sieht das ungefähr aus. Aber jetzt, was haben wir sonst noch? Diese 220 Millimeter Oberwandpanzerung, 180, 150. Ich glaube, es sind 180 Millimeter diese Seitenpanzerung. Aber leider nur um die 60 Millimeter Seitenpanzerung. Oder 40 sogar. Also, das ist definitiv nicht gut. Und das wird auch heißen, dass ein T49 euch eventuell penetrieren kann. Und das kennen wir auch von dem Panzer hier schon. Seht ihr? 55 Millimeter Seitenpanzerung. Sobald ihr probiert, mit dem anzuwinkeln, dann kann es, ihr müsst schon nur ein bisschen überwinkeln und schon ist es vorbei. Das Gute ist, 55 bzw. 60 Millimeter Panzerung erlaubt euch alles zu autobouncen. Weil, ja, 3x6, es gibt das 18. Das Einzige, was euch penetrieren wird, ist der 183er bzw. der FV4005 Stage 2. Und das Problem wird aber sein, wenn ihr probiert anzuwinkeln, dann werdet hier diese Flanken hier, sobald ihr seht, schon anwinkeln, verliehen die extrem an Panzerung. Und das wird auch bei diesem Panzer definitiv der Sinn dahinter sein. Das Gute ist, ihr könnt es sehen, die Unterwanne ist ziemlich stark gewinkelt. Man sieht sie jetzt nicht so gut, aber wenn man es jetzt mit dem Liberti vergleicht hier, man merkt, na, nicht so stark wie hier, aber das sind nur 120 Millimeter. Und das sind trotzdem effektive Panzerungswerte von 260. Also gut ist das definitiv. Und hier sieht es sogar nach 150 Millimeter Panzerung aus. Aber nichtsdestotrotz, vergiss nicht, diese Oberplatte ist 220 Millimeter dick. Und, ja, hier haben wir 190 Millimeter und das ist schon ordentlich. Und dann gehen wir noch, ja, und ihr werdet dem Panzer sicher auch Hulldown spielen, weil ihr habt 8 Grad Gun Depression. Das ist echt, echt nice. Und darum gehen wir jetzt mal zu den beiden Kanonen. Genau, ihr habt richtig gehört. Dieser Panzer hat zwei verschiedene Kanonen. Und eine davon ist eine 130 Millimeter und eine andere ist die 120 Millimeter. Aber nun, was gibt uns denn dieser Panzer mit der 130 Millimeter? Ist es so eine gute Kanone wie die vom WZ? Nein, überhaupt nicht. Das große Problem sind Durchschlagskraft, vor allem mit Premiummunition. 280 Millimeter Durchschlagskraft mit AP ist nicht gut, wenn das Premiummunition ist. Wirklich, der WZ hat 340, soweit ich es im Kopf habe, mit Heat. Und das macht schon wirklich einen sehr, 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 sehr großen Unterschied. Und dazu kommt noch, er hat auch einen sehr guten Turm, plus nicht schlechte Panzerung im Generellen. Und ihr seht auch, 2700 ist der ETPM, 340 Heat Durchschlagskraft. Und, ja, das sind 60 Penetration mehr. Und dazu kommt, Heat verliert keine Penetration auf Entfernung. Dazu kommt, der DPM von 2400 ist nichts gegen diese 2700 vom WZ. Und der E5 hat nur 2500. Also, ihr seid schlechter im DPM, dafür aber besser gepanzert. Die Genauigkeit jedoch ist sehr gut. 0,31, 2,1 Sekunden Einzelzeit sind beides ordentliche Werte. Und, wie gesagt, 0,8 Grad Gun Depression. Das ist echt, das, was ich persönlich muss sagen, ist super toll. Klar, der Panzer hat 7 Grad, aber, ja, 1 Grad mehr ist immer noch ein tolles oder tolle Edition. Und, ihr merkt auch, bei dem Panzer, ihr habt Probleme, diese Kuppeln zu penetrieren, weil, sobald der Hulldown geht, dann verschwinden diese Kuppeln schon beinahe, wie ihr sehen könnt. Und dazu kommt, dass dieser Panzer hier dann noch die Kuppeln noch weiter hinten hat, wie wir es schon gesagt haben. Also, ich glaube, Hulldown wird dieser Panzer ein Monstrum sein. Vor allem, persönlich gesehen, wenn er die 120mm Kanone benutzt. Klar, sie passt nicht zu uns Boom & Zoom-Meter. Und ich finde es auch super, dass Wargaming uns zwei Möglichkeiten gibt. Aber, der DPM ist besser, die Einzelzeit ist besser und die Genauigkeit ist besser. Plus, die Durchschlagskraft ist bei beiden Orten besser. Ja, das Ding, und ich muss jetzt sagen, wenn ich das so vergleiche mit dem E5 ein bisschen und mit sonstigen Panzern, habe ich das Gefühl, dass dieser Panzer der neue E5 sein wird. Er ist, Hulldown ist er unantastbar mit dem Turm eigentlich. Außer natürlich, man schießt Heat oder Prämie-Munition. Das ist mehr oder weniger das Gleiche auch beim E5 teilweise. Also, man muss halt die guten Positionen treffen. Dann kommt man durch. Und vor allem, der E5 hat wirklich diese riesen Kuppel, die halt nicht mehr stark ist. Und diese Panzer haben auch Kuppeln, aber die sind viel, 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 viel kleiner. Plus, ziemlich, ziemlich gut versteckt. Aber nun ja. Leute, was haltet ihr von dem Video? Ich hoffe, es passt euch mehr. Und ja, ich muss jetzt wirklich mal sagen, ich hoffe, ich mache einen besseren Job als Vassili, weil ich persönlich kann ihn mir nicht anhören. Aber ja, ich muss ja auch mal ein bisschen Werbung für mich selber machen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Oder auf Wiederhören, besser gesagt. Bye, bye. .